Es ist ja immer wunderbar, wie man so angekündigt wird. Moment, hier steht Terrassenkonzertreihe, Gitarrenkonzert und Brunch. Also das wird ein sehr besonderes Gitarrenkonzert heute. Wir verzichten weitestgehend auf die Gitarre. Wir machen das Gitarrenkonzert mit Schlagzeug, mit Klavier, mit Holzblasinstrumenten. Aber vielleicht, damit alle, die wegen des angekündigten Gitarrenkonzerts extra gekommen sind, könnte Frank vielleicht einfach mal einen Akkord auf der Gitarre schnell spielen. Ja, bitte, bitte. So, Gitarrenkonzert. Das reicht schon, glaube ich, ne? Zufrieden? Gut. Tante Gerda sprach mit ihren Pflanzen. Onkel Hubert sprach mit seinem Hund. Und beim Nachbarn ein Stock tiefer spricht den ganzen Tag der Fernseher. So viel zum Hintergrund. Ich unterhalte mich am liebsten mit dir selber. Und ich höre mir auch gern gewöhnlich zu. Wenn ich mir mal überhaupt keinen Rat weiß, frag ich mich ganz einfach selbst, was denkst du? Wenn ich mir mal überhaupt keinen Rat weiß, frag ich mich ganz einfach selbst, was denkst du? Die Passanten auf der Straße denken wohl, ich telefoniere mit einem Freund über ein unsichtbares Headset oder so, weil ich lache, überlege, diskutiere. Doch dafür brauch ich keinen Freund, denn bei mir ist das so. Ich unterhalte mich am liebsten mit mir selber. Und ich höre mir auch gern gewöhnlich zu. Wenn ich mir mal überhaupt keinen Rat weiß, frag ich mich ganz einfach selbst, was denkst du? Wenn ich mir mal überhaupt keinen Rat weiß, frag ich mich ganz einfach selbst, was denkst du? Ich verstehe meine Argumente und ich falle mir nicht ständig selbst ins Wort. Wir reden stundenlang über Liebe, Tunde und Rente. Wir reden einfach über alles, sondern nicht über Sport. Ich unterhalte mich am liebsten mit mir selber. Und ich höre mir auch gern gewöhnlich zu. Wenn ich mir mal überhaupt keinen Rat weiß, frag ich mich ganz einfach selbst, was denkst du? Wenn ich mir mal überhaupt keinen Rat weiß, frag ich mich ganz einfach selbst, was denkst du? Wenn zwei Menschen folgen sich sagen, wir verstehen uns ohne Worte, sage ich, das würde ich ganz genau so sehen. Das ist die Harmonie der ganz besonderen Sorte. Was nicht gesagt wird, kann man auch nicht falsch verstehen. Ich unterhalte mich am liebsten mit mir selber. Und ich höre mir auch gern gewöhnlich zu. Wenn ich mir mal überhaupt keinen Rat weiß, frag ich mich ganz einfach selbst, was denkst du? Wenn ich mir mal überhaupt keinen Rat weiß, frag ich mich ganz einfach selbst, was denkst du? Frank Matukat am Grumset. Vielen Dank, Frank.